Warte doch. Warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Wir fangen an mit dieser Option. Ich brauche kein Messer. Ups. Ups, sorry. Also. Ich mache ohne Scheiß. Ich kriege alleine hier einen Abgaben von einer Verpackung. Also, wir sind jetzt hier live on stage. Tadaa. Oh, scheiße. Oh, langes Ding, ey. Ich bin immer sehr gefühlvoll dabei. Nein. Zack. Sind jetzt immer ungeduldig. Geht jetzt mal weg. Ich möchte Sex haben mit dem Paket. Ist das eine geile Farbe? Geil, ne? Sexy. Voll geil. Boah, ist das geil. Geil, ne? Alter, ist das geil. Das ist so geil. Das ist so geiler Scheiß, ja? Ich stehe unheimlich auf diese, oh Gott, ich stehe echt unheimlich auf Ausgleichsbehälter. Oh, ein Ausgleichsbehälter. Der macht mich so an, ey. Und die Löcher können nicht groß genug sein, weil da kannst du ... ... ... ... ... Die muss erst mal einfahren. Das ist jeden fettig wert, ey, ich schwör's dir. Pidi, ein bisschen mehr Gefühl, Alter, was ist getan? Oh, hoffentlich pass' ich da rein, ich fette Scheun. Oh, ho, 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 ho. Sydney, ja? Sydney. Wie ist dein Name? Jawohl, tschüss, 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 Ihr Name, Sydney, Ihr Name, Hoffmann.